In guten und in schlechten Tagen, bis der Tod euch scheidet, so antworte, ja mit Gottes Hilfe. So frage ich auch dich, Anja, Verhoffen, Theke, willst du diesen Jörg Theke, den Gott dir anvertrauen, als deinem Ehemann lieben und ehren, und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung üben, in guten und in schlechten Tagen, bis der Tod euch scheidet, so antworte, ja mit Gottes Hilfe. So sollt ihr euch gebringen, ab ihr Hand stecken als Zeichen für diese Liebe dazu. Der Ring ist ein altes Zeichen. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und so soll auch das Zuhause sein, dass ihr beide voneinander geblieben habt. So nehmt den Ring und stellt ihn euch an die Hand. So? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.